Die alten Kulturen Griechenlands waren für ihre faszinierenden und manchmal auch befremdlichen Sitten bekannt. Eine besonders beliebte Praxis war die Orakelkunst. Die Priesterin des Orakels von Delphi, bekannt als die Pythia, spielte dabei eine entscheidende Rolle. Um göttliche Ratschläge zu erteilen, atmete sie heilige Dämpfe ein und stand im direkten Kontakt mit den Göttern. Die Menschen hingen regelrecht an ihren Lippen, als ob sie göttliche Weisheit und Einsicht verbreiten würde. In den Kreisen der Oberschicht war es üblich, dass die Kinder einer Augenoperation unterzogen wurden, um göttlich auszusehen. Dabei wurde ein kleines Stück Jade oder Gold ins Auge eingesetzt. Dies sollte ihre privilegierte Stellung betonen und ihre Verbindung zu den Göttern symbolisieren. Diese Praxis verdeutlichte den hohen Stellenwert, den das Aussehen und die göttliche Verbindung in dieser Gesellschaft hatten. Ein weiteres Beispiel für die ungewöhnlichen Bräuche der alten Kulturen ist das spartanische System der Kinderselektion. Sobald ein Baby in Sparta geboren wurde, entschied ein Ältestenrat über sein Schicksal. Wenn das Kind schwach oder krank war, wurde es ausgesetzt, um die Ressourcen der Gemeinschaft nicht zu belasten. Nur die stärksten und gesündesten Kinder wurden aufgenommen und direkt ins Bootcamp geschickt, um zu einer zukünftigen Kriegsmaschine ausgebildet zu werden. Diese strenge Auslese verdeutlichte den Fokus der spartanischen Gesellschaft auf Stärke, Ausdauer und militärische Tauglichkeit. Auch die alten Kelten hatten ihre eigenen eigenartigen Bräuche. Sie waren für ihre Kopfjagd bekannt, da sie glaubten, dass die Seele im Kopf eines Menschen wohnte. Daher schnitten sie die Köpfe ihrer besiegten Feinde ab und stellten sie als Trophäen aus. Diese verstörende Praxis diente der Demonstration von Stärke und Macht. Die Köpfe wurden manchmal sogar einbalsamiert und mit wertvollen Metallen verziert, um ihren Status als Sieger zu unterstreichen. Ein weiteres Beispiel für ungewöhnliche Bräuche liefern die Skyden, reitende Krieger aus der Eurasischen Steppe. Nachdem sie ihre Feinde besiegt hatten, tranken sie aus deren Schädeln. Die Schädel wurden sorgfältig ausgehöhlt, gereinigt und manchmal sogar vergoldet, bevor sie als ultimatives Statussymbol dienten. Dieser grausame Brauch sollte die Macht und Überlegenheit der Skyden gegenüber ihren Feinden demonstrieren. Diese Einblicke in die Sitten und Bräuche der alten Kulturen Griechenlands und anderer Zivilisationen verdeutlichen, wie unterschiedlich die Wertvorstellungen und Traditionen in der Vergangenheit waren. Sie werfen auch Fragen auf über die ethischen Standards und die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft im Laufe der Jahrhunderte. Es gibt viele weitere seltsame Gewohnheiten in antiken Zivilisationen, die wir erkunden können. In der antiken ägyptischen Zivilisation gab es eine faszinierende Gewohnheit, die mit Adligen und Königen verbunden war. Sie glaubten, dass der Hai magische und heilende Kräfte besitzt. Daher war es für Adlige und Könige erforderlich, auf eine Haifischjagd zu gehen und einen Hai zu fangen. Anschließend wurde der Hai getrocknet und zu Pulver zermahlen, um es für medizinische Behandlungen und Heilungen zu verwenden. In der antiken römischen Zivilisation gab es auch eine seltsame Gewohnheit in Bezug auf die Essgewohnheiten. Die Römer praktizierten eine Methode namens Kauen und Ausspucken. Anstatt das Essen vollständig zu schlucken, kauten sie es gründlich und spuckten dann die Überreste in ein spezielles Gefäß. Dieses Gefäß wurde Alektus genannt und wurde verwendet, um Reichtum und Verschwendung zur Schau zu stellen. In Japan gab es ebenfalls eine seltsame Gewohnheit in Bezug auf die Zähne der Frauen. Japanische Frauen trugen Fuchszähne. Eine dünne Schicht aus Gold oder Silber wurde auf die vorderen Zähne der Frauen aufgetragen, um ihnen ein fuchsähnliches Aussehen zu verleihen. Dieser Look wurde als attraktiv und schön angesehen. Dies sind nur einige Beispiele für seltsame Gewohnheiten in antiken Zivilisationen. Es gibt noch viele weitere einzigartige und faszinierende Gewohnheiten in verschiedenen Kulturen, die erkundet werden können. Diese Gewohnheiten spiegeln die Vielfalt der Menschheit und ihre vielfältige Geschichte wieder und lassen uns über die Gründe und Bedeutungen hinter diesen seltsamen Praktiken nachdenken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie haben diesen Videoinhalt genossen und etwas Neues gelernt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich Sie ermutigen, meine Kanal zu abonnieren und weitere Videos zu entdecken. Dort finden Sie eine Vielzahl von professionellen und fesselnden Inhalten, die Sie interessieren könnten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.